Sie können aus insgesamt 16 verschiedenen Fehlfarbkombinationen Ihren persönlichen Favoriten auswählen und aktivieren. Zu den Fehlfarbeinstellungen gelangen Sie, indem Sie die Farbmodustaste ca. 3 Sekunden lang gedrückt halten. Jetzt können Sie die Fehlfarbkombination durch Tippen aktivieren bzw. deaktivieren. Die deaktivierten Farbkombinationen sind rot durchgestrichen. Haben Sie die gewünschten Fehlfarbkombinationen eingestellt, verlassen Sie durch Drücken des Zurücksymbols das Einstellungsmenü. Um zwischen den voreingestellten Bildschirmfarben zu wählen, drücken Sie die Farbmodustaste. Um direkt zur Echtfarbdarstellung zurückzugelangen, drücken Sie im Fehlfarbmodus die Ein-Aus-Taste und die Farbmodustaste gleichzeitig.